Hey, ich von Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Subway 7 Home. Endlich geht es los, endlich ist mein Tattoo wieder am Laufen, endlich kann ich euch das Spiel zeigen. Das ist ja mittlerweile auch schon eine Woche draußen, ich hatte jetzt, na, ist eigentlich schon zwei Wochen draußen, oder? Hm, ne, ich glaube es ist erst eine Woche draußen. Wie dem auch sei, endlich kann ich euch das Spiel zeigen und ich würde sagen, wir müssen gleich losfahren, denn wir sind schon deutlich hinten. Ordentlich verspätet, rein geht's. Bevor es in den Zeitraffer rüber geht, möchte ich euch noch kurz etwas sagen. Die Videos kommen wieder, nur jetzt ist halt noch ordentlich Schule, zwei Wochen, aber dann geht's wieder los mit vielen Projekten und vielen Livestreams und Videos. Freut euch da auf jeden Fall schon. Unsere nächste Station ist Saarlandstraße. Ich würde sagen, nachdem wir da auch die Türen aufgemacht haben, wird's in den Zeitraffer gehen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert doch auch sehr gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Los streamingt ja auch schon mal. Wir haben zwei Videos. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018